Jetzt muss ich euch gleich am Anfang die Band vorstellen, die Alpinkatzen. Damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Auf dieser Seite, auf der elektrischen Gitarre, ein echter Innviertler, Rainer Stranzinger! Am Schlagzeug haben wir einen Innviertler, einen lang war zu wenig, Wolfgang Mayer! Und an Woschächten-Solzburger an Passung am Keyboard, Stefan Engl! Jetzt geht uns noch eine an, unsere Tirolerin, Alpine Sabine! Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Gericht! Geht's euch gut? Untertitelung des ZDF für funk, 2017